Achso, mit Go-Karts. War dein Fahrschulauto ein Go-Kart? Ah, da hieß er doch. LSPD! Ich muss mal kurz das Auto tanken. Ja, machen sie. Hol mir noch einen Snickers. Ja, ich geh selber. Was willst du? Na, Cola. Was? Na Cola. Hab ich nicht gehört. Scheiß Schmarotzer. Guten Abend, LSPD. Guten Abend. Was geht ab, Jungs? Was geht ab, Tyrone, Mann? Hast du für mich Schokolade? Irgendwas? Was hast du da, Mann, heute? So, schauen wir mal. Jungs, wart ihr vor mir? Nein, nein, mach mal fertig mit Tyrone. Alles klar, Tyrone, Bruder. I need some chocolates. Do you have chocolates, Bruder, from another mother? Yeah, we have. You can search there. Okay, danke, Mann. Ja, ich nehm das einmal und... Da nehm ich hier noch die. Wollt ihr auch was, Jungs? Wollt ihr einen Snickers? Ja, einen Snickers. Einen Snickers, ja. Wie heißt du, Bruder? Raphael. Ja, Raphael. Du willst auch noch meine Mutter ficken, du Hurensohn. Kannst du dir nicht dein Snickers selber leisten? Ich nehm nur den Snickers für mich, Tyrone. Das wär's auch schon. Dankeschön. Einen schönen Abend, Jungs. Einen schönen Abend, Jungs. Einen schönen Abend. Okay, tut mir leid, JP-Performance. Was fehlt an diesem Auto? Das Auto ist jetzt am Rauchen. Müsstens schauen, was das Problem ist. Ja, okay, alles klar. Dann mach dein Ding, Mann. Soll ich auch meine Vlog-Kamera rausdrehen? Machen wir jetzt hier so eine JP-Performance-Scheiße? Es gibt ja nicht umsonst das Bennys. Ne, ne, schon gut. Bennys hat heute zu. Ah, okay. Alles gut. Hast du gemacht mit kompletten Pit mit 300 km? Sehr gut! Genau, Lukas! Nicht heißen, Nikolai! Nikolai, bleib stehen, bleib stehen! LFPD! Ihr habt doch nix gemacht, ihr gottverdammten Lutsche! Heben Sie Ihre scheiß Hände! Ey, lasst mich doch mal in Ruhe, Mann! Ey, alles gut. Wir holen doch noch nicht was zu kulieren, kann! Das stimmt, Jace. Das ist einer von den Vargos. Wir haben den falschen Mann! Idioten! Ihr gottverdammt, Idioten! Ey, Lukas! Lukas, du Idiot! Der gehört zu Vargos! Siehst du nicht das gelbe Stirnband? Kulia Khan mit Langwaffen! Lass ihn gehen! Kulia Khan mit Langwaffen! Ihr bekommt ihn niemals! Ey, Scheiße, Mann! Ich kriege dich, Tausti! Ich kriege dich! Ähm, dann würde ich ins Anwesen reingehen. Ich steig die sofort aus! Was? Oh, Scheiße! Lukas, du fährst so! Scheiße! Streife 1 übernimmt, äh, das Anwesen, Sir. Bräuchten vielleicht ein, zwei Code-6-Einheiten. Scheiße, wir sind unterwegs. Langsam, langsam, bleib stehen. Ah, okay. Warte. Okay, wir treffen uns gleich, Lukas. Wieso geht die Scheiß-Tür nicht auf? Wenn es hier ein Fitness-Center gibt, warum sieht Daniel Grande aus wie eine Lauchzwiebel? Scheiße, Mann. Was ist das? Haben die mit dem hier gemacht? Der Typ ist krank. Heilige Scheiße, Mann. Was passiert hier? Hm. Hm. Einmal schadet doch nicht, Mann. Einmal ist keinmal. Bad Boys. Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? Äh, 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 äh... Come, 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 come for you. Oh, yeah. Whatcha wanna do? Whatcha gonna do? Yeah. Scheiße, Mann. Die haben echt guten Stoff, ihr Alter. Eins muss man sagen. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ja, Sir, ich komm. Was machen Sie da? Alles gut, ich hab nur reingecheckt, ob alles da umlaufen ist, Bruder. Okay. Ach mal, Sie haben da nix geraucht. Nein, Sir, alles gut, Mann. Alles gut, Mann. Ich pinkel kurz um die Ecke, hol mich ab da gleich. Ein Zug geht noch, Mann. Scheiße, Alter, Mann. Auch im Adgrante ist ein krasses Zeug. Ich brauch mehr von ihm, Bruder. Scheiße, ich würd gerne Lukas was abgeben, aber ich glaube, diese Tamburit-Hure, der würde mich verpfeifen, Mann. Puh. 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 Scheiße, Alter. Scheiße, Mann. Darhol. Streifen ist eben fett im Dispatch an. Wir waren uns noch nicht sicher, wer vom... So, keiner bewegt sich hier. Scheiße, er haut ab. Fahren Sie hinterher, Lukas, weißer Audi. Hier rechts eine 1080. Sir, bitte halten Sie einmal rechts an und steigen Sie aus dem Auto aus. Oh Mann, so ein Idiot. Der weiße RS-6, der gerade von dem die wegfährt, das ist derjenige, der bedroht. Ja, Sir, ich weiß. Wir sind an ihm dran, haben eine 1080 mit ihm. Fahren jetzt Weinbote hoch Richtung 08, Sir. Sind am Ammonation unter der 08. Ich sehe, dass das der richtige ist. Ich hab ja auch einen Audi. Ja, Sir. Ja, das ist der richtige, Sir. Er haut doch gerade ab. Wir sind an der Staatsbank vorbei. Hinter der Staatsbank am Shop. Ich verlege es in den Einsatzfunk. Fährt hoch Richtung Casablanca-Anwesen. Korrigiere. Nimmt den Highway Richtung Casino zurück in die Stadt, Sir. Korrigiere. Dreht wieder um. Fährt auf dem Ost-Highway. Ey, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen, Sie Stück Scheiße. Ey, was soll das? Sie kleiner Wichser. Ich werde Sie jagen. Ich werde Sie. Ihre Mutter werde ich durchnehmen. Ah, Lamborghini bei der BOE-Hut oben. Fährt raus, Lamborghini. 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 Da, genau den, Sir. Hey, mach mal nicht so fachsend, du Schwanz. Heben Sie Ihre Hände. Du Schwanz. Sie heben. Sie wagen es. Sie wagen es auf mich zu schießen. TV konnte gestellt werden, Sir. Geht's Ihnen gut? Alles gut, Sir. Alles gut. Oh Gott. Lukas, bist du das? Scheiße, schnell, man. Let's go. Bruder, Staatsbank geht los. Jetzt wird es ernst. Gib mir die Mikro-MP. Wir nehmen die auseinander. Gib mir die Mikro-MP, du Stück Scheiße. Wie bitte? Ich meine, gib mir die Mikro-MP, Bruder. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Gib mir die Mikro-MP. Los, leg sie rein. Leg sie rein. Leg sie rein. Ich hab die Mikro-MP. Ich hab keine Munition dafür. Ich hab auch keine Munition dafür. Was bringt mir dann die Mikro-MP? Okay. Warte. Okay. Alles gut. Ähm, ich geh gleich rein, Sir, um das zu testen. Ja, ne, sie geh nicht alleine rein. Es war den Orowatch. Das ist Personen in der Bank. Okay. So, wir sind bereit. Wir stören jetzt die Bank. Ich bin schon drin. Langsam. Langsam. Wir sind im Tresor. Immer langsam. Schrechen sogar. Nicht, nicht, nicht. Nicht, er hebt seine Hände. TV ist in der Bank. Es wird geschossen. Es ist eine Stadt. Ach so, okay. Weasel News. Weasel News. Hier. Ich bin Ackermann. Und ich bin der LSPD-Chef. Warte, warte. Filmen Sie das. Filmen Sie das. Moment. 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 Genau. Bleiben Sie so stehen. Bleiben Sie so stehen. Okay. Sind Sie bereit? Sind Sie bereit? Filmen Sie. Filmen Sie. LSPD. So. Oh, was ich vorher machen? Dann stürmen. Los. Scheiße. Moment. Moment, ich krieg eine Overlay. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Im osten. Im osten ist der Radfläge ein. Das war ein roter R6 noch. Auf dem südlichen Dach liegt noch ein Bewusstloser, kommen Sie dran? Sieht gut aus. Der Audi ist hinter den Schaden.